Trainer sein ist so, das stellt immer urstressig vor, 24-7, jeden Tag, Fußball ist schon geil, aber jeden Tag nur Fußball. Wo nimmst du die Energie her bitte? Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. An freien Tagen hole ich mir die Energie, da bin ich definitiv nicht erreichbar, da gehe ich in Flugmodus und gehe halt, ja, bei uns in Tirol, kannst du relativ schnell in den Wald gehen, kannst du relativ schnell in den Berg gehen, kannst du mit der Radlerrunde fahren und da hole ich mir meine Energie. Und es ist auch dann so, wenn mein Urlaub ist, zwei Wochen, da bin ich definitiv nicht erreichbar. Für viele, viele Leute und habe dann, ja, meine Akos zum Aufladen.